Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen News hier auf diesem Kanal. In diesem Video geht es um Atlas Fallen, einem Fantasy-Action-Rollenspiel, das von Deck 13 Interactive entwickelt wurde und von Focus Entertainment veröffentlicht wird. In Atlas Fallen erkundet ihr alte Länder, deckt Geheimnisse auf und enthüllt Fragmente der Vergangenheit. Ihr schmiedet Waffen aus Sand, kämpft gegen riesige Bossmonster und das Ganze könnt ihr entweder allein oder im Koop mit einem Freund machen. Es gab vor einigen Monaten schon mal einen Trailer zum Spiel, der zwar kein wirkliches Gameplay zeigte, jedoch trotzdem sehr schick anzusehen war. Und dieser Trailer läuft für euch schon mal im Hintergrund. Ein Release-Datum blieb an uns nach dem Trailer allerdings schuldig und es wurde lediglich das Frühjahr 2023 erwähnt. Und das hat sich seit heute geändert, denn am 16.05.2023 wird es soweit sein, denn dann erscheint Atlas Fallen zeitgleich für PC, Playstation 5 sowie Xbox Series X und S. Die ältere Konsolengeneration scheint dabei außerhalb des Fokus zu sein, ob eventuell später noch ein Release auf den älteren Konsolen ansteht. Dazu gab es aktuell leider keine Infos, wobei ich mal davon ausgehe, dass dies natürlich keine Option ist, denn sonst wäre ein Release zeitgleich auf allen Systemen sicherlich die bessere Wahl. Ich bin jedenfalls gespannt auf diesen Titel und mich würde eure Meinung mal interessieren, auch wenn Trailer selbst nie aussagekräftig sind, was ihr von diesem Spiel haltet. Schreibt es gern mal in die Kommentare. Und nun lasse ich euch noch mit dem Rest des Trailers allein und sage wieder Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Bis zum nächsten Video, macht's gut.